. Das ist der große. Und die beiden vorderen sind die beiden. Jetzt kommt sie ins 2. Jahr. Bisher habe ich immer nur zwei gesehen von denen. Ja, ich habe immer nur zwei, wenn ich da bin. Da hat scheinbar der dritte nicht überlebt. Ja, oder? Oder ist der irgendwo ausgewandert? Nein, das ist nicht. Ja, das ist nicht. Was ist jetzt ausgewandert? Na, der macht die große hinter. Ja. Doch, ist ein Durchteil da jetzt. Ja, aber das ist der große da hinten. Ja, der große. Hier sind die Baumhölzer, das weiß ich noch. Ja, das ist eigentlich mit einem Ort, das ist der große da. Ja, das ist aber auch ein wenig. Es geht um die aufzunehmen. Es geht um sie aufzunehmen. Ja, weil man sich mit einer Höhe übernommen und vorstelle, das hat auch so gebraucht, der die geschickt ist weil sie den riesig sein würden. Vielen Dank. Das ist ein Riesentrum, der Große. Ein Riesentrum, ja. Daniel, gegen den Kleinen fällst du richtig auf. Ja, ja, da hast du recht. Wie ein junger Waschbär. Der Kleine, der ist von letztem Jahr davon, oder? Von letztem Jahr, ja. Und der darf da bleiben? Ja, darf da bleiben. Nächstes Jahr muss er abhauen. Und das andere ist die Mutter davon, oder? Das ist die Mutter, ja. Also, ich meine, eher der Vater. Irgendwann der Vater ist ja der Große. Ja, der wird der Vater sein. Das Große ist der Vater, ja. Und der Unter, der andere? Das ist ein junges. Aber der ist ja größer. Das ist täuscht. Ja, jetzt sind sie gleich groß, die zweite Siebe. Jetzt hat er uns Wasser nicht geschoben, den Kurs. Hat er halt weggeschoben. Ja, ja. Ja, war es so aufdringlich. Mein Ast. Genau. Morgen können wir sowas nicht anschauen, mit dem bergsten Vorfeld. Ja. Ja. Ja, der Ast geht alle. Ja, ja. 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 Ja, ja.